gegen den typen am baum aber das müsste vielleicht sogar gewinnen eventuell vielleicht möglicherweise müsste das jetzt gewinnen und da ist einer tot aber es wartet ja gleich noch einer du weißt schon das ist das obere und nicht das untere haus angreifen soll das könnte jetzt schlecht ausgehen aber es geht gut aus denn hier kaputt der nächste wieder unterm baum einfach den baum um das schlägt ihn einfach ha ha brillanter plan dauert überhaupt nicht viel länger vielleicht überhaupt nicht auf nein und sieht gut aus den gewinnig wieder was geht denn jetzt ab was kaputt gemacht mein gott das spiel abgebrochen schon wieder du sollst doch nicht ständig auf den roten knopf drücken wo drauf steht nicht drücken moment da steht drücken drauf das erklärt einiges ja den werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren obwohl könnte ich möglicherweise noch nein gewinne ich sogar noch ich glaube es nicht ich habe meinen offizir werden wie vier andere offiziere getötet ich packe schon wieder alles kaputt hey das sind fischer für meinen werkwerke coole sache ich packe das spiel schon wieder kaputt he Oh nö Das schon wieder Schon wieder dieses Wachhaus Was will der von mir Das muss ich mal verpissen Ich glaube das muss ich mal unterbinden Dieses Wachhaus hier Ich weiß auch wie Ich glaube fast das wird nicht funktionieren Nicht so wie ich mir das vorstelle Es verlieren die auch noch Ich will das nicht schon wieder verlieren Ach ja was ist da noch drin Fick dich ins Knie Warum sind da sieben schwer Aber keine Schilder drin Ihr macht mich fertig Jungs Echt Ja also Wenn der Gefreide jetzt noch alle platt macht Bin ich beeindruckt Für rum und Ehre Muss glaube ich noch ein Lagerhaus da hinbauen Das eine scheint noch nicht genug zu sein Das passiert jetzt aber nicht wirklich oder Nein der macht die nie alle vier Platten Nie Ja jetzt verliert er Ach nö ich will da nicht schon wieder alles aufbauen Fick dich Ja ich bin mir sicher Eieieiei Warum darf ich mich jetzt schon wieder an Das sind doch überall Leute drin Alles war jetzt da falsch oder Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung wo ich zuletzt gespeichert habe Weil ich mir das natürlich überhaupt nicht merke War das der richtige Das war sogar der richtige Ich bin beeindruckt Ich habe mystische Fähigkeiten Ich habe natürlich genau Dax Speichert wo der schon tot war Ganz toll Ich muss das mal irgendwie unterbinden Indem ich das Wachhaus ein Müssen wir doch meine Gefreiten Die alle 4-3 töten 7 schwer aber kein Schild Man will es einfach nicht wahrhaben Da war ich das hier schon direkt Weg Der Weg hier ist auch ziemlich direkt Ist nicht ganz hundertprozentig direkt So jetzt zählt er natürlich als Angreifer und hat niedrigere Werte Oder wie sieht das aus Oder ist er jetzt Verteidiger Ich meine er verteidigt ja gerade Aber er greift auch an irgendwie Er gewinnt auf jeden Fall Mehr ist nicht wichtig Sondern wenn wir hier mal den Weg abschneiden Und hat eben ein Gefreiter gewonnen Ich glaube ich bin das Doffen Fick dich Fick dich Fick dich Die Logik Die muss man nicht verstehen Das ist Welche Logik Es existiert keine Logik In diesem Spiel Es ist einfach so Fertig aus Oh ich habe 75% Damit habe ich fast schon Angriffskraft Den gewinnst du jetzt hoffentlich Ich will dieses Wachhaus nicht nochmal verlieren Das habe ich schon oft genug verloren Also einmal Ernsthaft Ernsthaft Mitgef- Hier könnt ihr noch einen Bauernhof hinbauen Hier nicht Nee eher nicht Eher nicht so Aber hier vielleicht Nee da werden wir nur eine Flagge hinsetzen Aber hier könnt ihr wirklich noch einen Bauernhof bauen Äh Bauernhof Ganz großes Gebäude Ordentlich Holz für die Hütte Irgendwie reicht auch ein Bauernhof nicht so wirklich aus Um Brot herzustellen Und gefreiten nehme ich das Gebäude ein Ich glaube es einfach nicht Ich glaube es nicht War noch nie sonderlich gläubig Tut irgendwie weh Tut so schrecklich weh Hier ein Pfeil Guckt euch das an An was erinnert mich dieser Pfeil jetzt Irgendein Spiel F-Zero Nein Keine Ahnung Ich komme gerade nicht drauf Aber damit Habe ich gar nichts abgeschnitten Wie ich gerade sehe Wann hat er denn das fertiggestellt Warum weiß ich davon nichts Egal ich gehe erstmal nach Hause Karl Da reist bald jemand drin Also das ist noch eine Frage von Stunden Vielleicht geht er jetzt eine oder zwei rein Das wäre mal eine schöne Sache War da Gold oder sowas drin? Nein So jetzt habe ich gedacht Das ist abgeschnitten Und ich habe da jetzt meine Rufe angegriffen Weil er jetzt keine neuen Soldaten mehr hinschicken kann Aber nee KI verarscht mich Deswegen habe ich auch so schnell gewonnen Kaff Das erklärt einiges Gut er hat hier noch keinen Weg gebaut Das ist doch schon mal prinzipiell gut Das sind wahrscheinlich Leute An so oder so Sprinten Das sind zwei überall drin Einer wäre schön Das hat mal ordentlich zurückzutreten Schlagen hilft dir ja nichts Und du hast ja nichts zu fressen Du brauchst 10% Also du hast nix zu fressen, auf deutsch gesagt. Ich hab immerhin mal 70, ne doch, ne ne, 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 ne. Ich hab 67, ist zu wenig. Jetzt sitzen nur noch Gefreiten drin, sehr schön. Gut, dass er mich nicht angreift, das sind ja echte Probleme jetzt, ne. Aber das macht er ja nie. Sechs Schwerter, aber keine schissenen Schilder. Leute, was macht denn ihr? Da wollen wir hin. Ja, weil Schilder über dem Ding stehen, ne. Ja klar. Machen wir es mal so rum. Vielleicht krieg ich dann mal ein paar mehr Schilder rein. Ja klar, die legen dann immer noch ein Schwerter zu. Schwert wichtiger als Schilder, also wird erst das Schwert genommen. Deswegen hab ich da jetzt sieben Schwerter drin. Aber keine Schilde! Ich umschließe ihn förmlich. Ich kessel sie ein! Ist immer gut. Habe ich da noch? Habe ich da noch Offizier drin, ne. Und da habe ich auch noch. Gut, da ist jetzt gerade kein anderer drin. Aber die Kohle hier würde ich auch gerne noch haben, ne. Probieren wir das mal, unser Glück. Hier kann er gerade nicht angreifen, wie es aussieht. Die Festung ist zwar nicht voll, aber die reicht erst mal aus. Pfff. Da haben wir ein paar mehr Soldaten hier angeschafft. Hier, ne. Ruck zack! Zock rock! Zock rock! Schoksi ruck zock muck! Schluck schluck! Ah ja. Gutes, dass wir uns rüber geredet haben. Das Gespräch war mir sehr wichtig. Ich hoffe, dass mit der nächsten Min-Uhr-E-Version dann auch mal das Intro anschaubar ist. Und nicht hier unten. Ich finde hier mal die Grafikfehler. Äh. Grafikbunde. Spiele. Reihen. Äh. Drogen! Im Spielsinn. poured 5 Fritz hat er quasi teknische Geräteger schon gemacht werden kann. Ja, da kommt auch über das Pflanz. Da 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 daraaa nana nana. Da 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 na 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 da na 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 Jaa jah jah jahjah. Sind sie in irgendeinem Spiel Beschleunigungsstreifen? Nein, in F-Zero sind sie deutlich breiter Komm, grafen wir mal an mit zwei Stück, machen wir platt Keiner mehr drin, machen wir platt, ja genau Müsste ich das noch hier irgendwie Apropos das hier Nein, da ist noch kein Stein, gut Gut, 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 gut Trotzdem würde ich da langsam gerne mal einen Soldaten drin haben Geht schlecht aus, sechs Schlecht Vielleicht, wenn ich folgendes mache Hm, ah, jetzt Vielleicht geht er dann da hinten rein Wahrscheinlich geht er erst da rein Aber Apropos rein Der ist scheinbar schon tot Und dann schon auch hier Toll Transportieren immer noch endlos viel Material umher Das hatte ich echt gern So bitter So bitter So bitter Haben wir schon weh gebaut? Nein, sehr schön Bin ich dafür, dass ihr da nix baut Bin dafür, dass ihr da dagegen seid Ist immer gut Hier kann ich nix Nein, schade Schade Sellerie So ist das Leben Nein, zu dem Steinklotz will immer noch keiner, wie es aussieht Mist Ärgerlich 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 Was haben wir da so drin? Beartige Menschen Beartige Menschen Sehen sie mich mal Sind ihr bei Militärmensch Ob das wohl nochmal funktioniert, was ich vorhin gemacht habe Mit, wie viel waren das? Neun Anzugreifen Vorhin war es glaube ich zwölf Also wenn ich das da einnehmen könnte, wäre das ja schon mal eine wunderbare Sache Versuchen wir es mal Warum gerade das Menü immer verschwindet, weiß ich auch nicht Das glaube ich in der PC-Version auch Könnt mich auch täuschen Schwein wir bei Hund Hund, Hund Versuchen wir nochmal unser Glück Neun Leute Komm ihr schafft das Ich vertraue euch nicht Macht das nicht Ihr schafft das nicht Schaffen sie es wahrscheinlich eh nicht Wahrscheinlich wäre jetzt gleich wieder irgendwo angegriffen Ach nein da oben können sie ja gerade nicht angreifen Wohl doch Die KI kann wahrscheinlich auch null Leute in den Gebäuden haben Und trotzdem noch Das Gebäude halten Kann es halt nicht mehr angreifen Aber die KI kann das Bin ich mir sicher, dass die KI das kann Ich meine die kann auch drei Leute auf so einem Weg platzieren Wie geht das? Da, da sind schon wieder drei Wieso kann die da drei platzieren? Ich kann das auch nicht Das ist doch unfair Das ist rassistisch Das ist voll gegen mich Bloß weil ich weiß bin Dann der Rassismus Das sind sogar vier Glaube ich spinn Okay das hat nichts mehr mit Glauben Sondern eben mit Wissen zu tun Aber darum geht es gerade nicht Der stirbt schon mal Schön zu wissen Ich will alles brennen sehen Ich will die Menschen schreien hören Wenn sie bei lebendigen Leib gerüstet werden Wie sieht es aus schon welche verloren Jawohl der Erste ist schon tot Einwandfrei Wie gut dass der keinen Stein mehr hat Sonst habe ich da echte Probleme Aber Holz hat er noch Stein müsste er doch theoretisch auch noch haben Mir egal Was macht überhaupt mein Steinbruch da hinten? Der Steinbruch vor sich hin Da hat er immer noch keine Straße gebaut Finde ich sehr schön Kann ich dem Da kann ich seiner Strategie nur zustimmen Ich glaube ich verliere alle neun Schön Ich habe erst so viel Ich habe fast schon genug Um alles zu bemannen Sagen wir mal hin Nein habe ich nicht Ach ja richtig Ich habe jetzt noch eins Oh Gott Ich habe verloren Wie überraschend Alter da will ich doch hin Mensch Da brauche ich 96 Soldaten Ich habe 60 70 73 Ich fehlen danach noch 23 Wenn ich das Gebäude einnehmen kann Schwierig Schwierig Also nicht das einnehmen Sondern die Leute So Finden Rekrutieren Viele wollen einfach nicht mehr Gloray für ihr Land sterben Ich verratere als Verräter Hey ich kann sogar einen Weg dahin bauen Cool Und es brennt schön Oh eine Waffenschmiede brennt ab Das ist schon mal schön Ist da Gold drin? Jawohl Einen klumpen Gold haben wir auch noch Also genau genommen sind es ja 3 Barren Gold Aber Ich finde immer noch dass das da Wen extrem schräg abfällt Vielleicht täuscht es auch durch die schlechte Grafik Da müsste ich es jetzt im Fenster dazu anschauen Da erkennt man lustigerweise mehr Was ist Das ist nicht mehr so riesengroß Da 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 kann ich noch eine Flagge hinsetzen Und hier kann ich noch eine Umgehungsstraße bauen So eine 10 Kilometer Umgehungsstraße Da 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 Oh Gott Was ist denn da noch drin? Das ist jetzt leicht ungünstig Dass er auch immer gleich zurückschlagen muss Das ist doch nicht nett Ich namensloser bin Oder so Oder so Äh was? Nein Geh weg Flaggen setzen Flaggen setzen Flieh flieh flacke Flakki 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 flak Ach nö Was brennt da alles ab? Ach leck mich Keine Lust Verdammt Ich habe keine Lust schon wieder alles aufbauen zu müssen Die Minen vor allem Die brauche ich gerade Die sind wichtig Vielleicht ungünstig So Jetzt müssen wir die Flaggen nochmal aufbauen Ach Ich möchte sie nochmal so gut hinbekommen wie eben Ja Doch Sieht schön aus Hat viel schönes Puh Gerade nochmal so hinbekommen Anspruchsvolle Arbeit Das muss einfach mal sein Ich will auch mal das Gefühl haben Dass mein Gefreiter toll ist Weil er einen Leutnant platt macht Ja Wie auch immer Das geht So Tschüss Weg Hey Wie viele Leute da rumlaufen Was denn das? 1, 2, 3, 4, 5 Gott Ihr spinnt doch Warum kann ich das nicht? Ist mir noch nie aufgefallen Dass die KI sowas kann Da laufen wir schon Ey So was ist jetzt interessant? Wer wäre das da? Ja Ich will noch Ich will noch Und schon Ich will noch